Vorwort, liebe Leserinnen und Leser, in einer Zeit, in der wir ständig von Technologie umgeben sind und unser Leben in einem rasanten Tempo verläuft, vergessen wir oft die einfachen Freuden, die das Leben zu bieten hat. Die Faszination eines Kindes, das zum ersten Mal eine Dampflokomotive sieht, das Gefühl der Freiheit, wenn man aus dem Fenster eines fahrenden Zuges blickt, oder das sanfte Klacken der Schienen, das uns in den Schlaf wiegt, all diese Erfahrungen sind es wert, gefeiert zu werden. In dieser Sammlung von Geschichten folgen wir Paul, einem jungen Eisenbahnenthusiasten, auf seiner Reise durch die Welt der Züge. Durch seine Augen entdecken wir die Magie, die in jeder Ecke der Eisenbahnwelt lauert. Von epischen Abenteuern in fernen Ländern bis hin zu tiefgreifenden Begegnungen in seiner Heimatstadt, Pauls Erlebnisse sind eine Erinnerung daran, dass es in der Welt noch so viel zu entdecken gibt. Diese Geschichten sind nicht nur für Eisenbahnliebhaber gedacht, sondern für jeden, der sich nach einer Pause von der Hektik des Alltags sehnt und in eine Welt eintauchen möchte, die von Einfachheit, Freude und grenzenloser Fantasie geprägt ist. Sie sind eine Einladung, unsere eigenen Erinnerungen an Zugreisen wiederzünddecken und uns an die Zeiten zu erinnern, in denen wir uns von den Wundern der Welt verzaubern ließen. Begeben Sie sich also mit Paul auf diese Reise, lassen Sie sich von seiner Begeisterung anstecken und entdecken Sie die zeitlose Schönheit und den Charme der Eisenbahnwelt. Es ist eine Reise, die das Herz erwärmt und die Seele berührt, und ich hoffe, dass Sie sie genauso genießen werden, wie ich es beim Schreiben getan habe. Hilden, Oktober 2023, Opa Christoph, Christoph Schlienkamp Kapitel 1, Paul und der Morgenzug Jeder Morgen begann für Paul genauso. Noch bevor die ersten Sonnenstrahlen den Himmel berührten, wachte er auf und kroch aus seinem Bett. Mit verschlafenen Augen und einem Gefühl von Erwartung im Bauch lief er zu seinem Lieblingsplatz im Haus, dem Fenster im Wohnzimmer, das direkt auf die Bahngleise blickte. Seine Mutter wunderte sich oft, wie ein zweijähriger Junge so konsequent jeden Morgen aufwachen konnte, um einen Zug zu beobachten. Aber für Paul war es Magie. Das Rattern der Räder, das Zischen der Dampflok, das Pfeifen, das den Morgen begrüßte. All das war Musik in seinen Ohren. Manchmal, wenn der Zug vorbei fuhr, winkte ein Passagier oder sogar der Lokführer ihm zu, und Pauls Tag wurde sofort heller. In seiner kindlichen Vorstellung war dieser Zug voller Abenteuer und Geschichten. Er dachte an all die Orte, die der Zug bereits besucht hatte, und an all die Orte, die er noch besuchen würde. Nachdem der Zug vorbeigefahren war, kehrte Paul oft mit einem breiten Lächeln ins Bett zurück, um noch ein wenig zu schlafen. Aber dieser kurze Moment am Morgen, in dem er den Zug beobachtete, gab ihm ein Gefühl von Freude und Verbindung zur Außenwelt. Für Paul war der Morgenzug nicht nur ein Fahrzeug auf Schienen. Er war ein Symbol für Abenteuer, Neugier und die Wunder der Welt. Und obwohl er noch zu jung war, um all das in Worte zu fassen, spürte er es tief in seinem kleinen Herzen. Kapitel 2 Pauls besonderes Geburtstagsgeschenk An seinem dritten Geburtstag war Paul schon früh wach, seine Aufregung hielt ihn davon ab, weiter zu schlafen. Er hatte eine leise Ahnung, dass dieser Tag besonders werden würde. Das Wohnzimmer war mit bunten Ballons und Girlanden geschmückt, und ein süßer Duft von Mamas selbstgebackenem Kuchen durchzog das ganze Haus. Doch das eigentliche Highlight wartete auf dem Esstisch, ein großes, festlich eingepacktes Geschenk. Pauls Augen leuchteten, als er das Papier raschen hörte und er die Ecken des Pakets ertastete. Seine kleine Hand riss das Papier auf, und zum Vorschein kam eine wunderschöne Spielzeugeisenbahn. Es war nicht irgendeine Eisenbahn, sie hatte glänzende Waggons, eine detailreiche Lokomotive und sogar kleine Figuren, die in den Zügen sitzen konnten. Sofort begann Paul, die Schienen zu verlegen und die Waggons miteinander zu verbinden. Er ließ die Lokomotive über die Schienen sausen, ließ die kleinen Figuren ein- und aussteigen und stellte sich vor, er wäre der Lokführer, der alle Passagiere sicher an ihr Ziel bringt. Die Stunden verstrichen, und obwohl er viele andere Geschenke bekam, war die Eisenbahn das einzige, mit dem er spielen wollte. Seine Familie beobachtete ihn lächelnd, wie er in seiner eigenen kleinen Welt versunken war, in der die Eisenbahn das Zentrum bildete. An diesem Tag verbrachte Paul Stunden damit, mit seiner neuen Eisenbahn zu spielen, und als es Zeit fürs Bett war, bestand er darauf, sie direkt neben seinem Bett zu platzieren, damit er sie gleich am nächsten Morgen wiedersehen konnte. Das Geschenk war mehr als nur ein Spielzeug für ihn. Es war ein Fenster in eine Welt voller Fantasie, Abenteuer und endlosen Möglichkeiten. Ein Beweis dafür, dass die einfachsten Dinge oft die größte Freude bereiten können. Kapitel 3 Pauls Traum von der weiten Welt Jedes Mal, wenn der Zug an Pauls Fenster vor Bayer ausste, träumte der kleine Junge davon, eines Tages selbst Lokführer zu sein. In seiner lebhaften Fantasie stellte er sich vor, wie er am Steuer einer mächtigen Lokomotive sitzt, den Hebel zieht und den Dampf in die Luft steigen lässt. Paul träumte nicht nur davon, ein Lokführer zu sein, sondern auch davon, alle seine Freunde mitzunehmen. Er dachte an lustige Abenteuer, die sie zusammen erleben könnten, sie könnten durch tiefe Wälder fahren, über hohe Berge klettern und durch weite Ebenen rasen. Sie könnten exotische Orte besuchen, die er in seinen Kinderbüchern gesehen hatte, von sonnigen Stränden bis zu verschneiten Landschaften. In seiner Vorstellung würde Pauls Zug nie anhalten. Jeden Tag würde ein neues Abenteuer auf sie warten. Er würde für seine Freunde der beste Lokführer sein, ihnen die schönsten Orte zeigen und sicherstellen, dass jeder Spaß hat. Wenn sie müde wären, könnten sie in den gemütlichen Waggons schlafen und von ihren nächsten Abenteuern träumen. Manchmal, wenn Paul mit seinen Spielzeugeisenbahnen spielte, stellte er sich vor, wie er und seine Freunde gemeinsam auf Reisen gingen. Er benannte die kleinen Figuren nach seinen Freunden und ließ sie in den Zügen Platz nehmen. Er erzählte ihnen Geschichten von den wunderbaren Orten, die sie besuchen würden, und den spannenden Abenteuern, die sie erleben würden. Für Paul war das Fahren eines Zuges nicht nur ein Job, es war eine Mission. Eine Mission, die Welt zu entdecken, Spaß zu haben und seine Lieben sicher von einem Ort zum anderen zu bringen. Und obwohl er noch sehr jung war, war seine Vorstellungskraft grenzenlos und seine Träume waren groß. Kapitel 4 Pauls Freundschaft mit einem alten Lokführer Paul, der kleine Eisenbahnenthusiast, trifft eines Tages auf einen alten Lokführer namens Herr Schmidt, als er bei einer alten, stillgelegten Bahnstation spielt. Herr Schmidt, mit seinem grauen Bart und seinen warmen, weißen Augen, hat Jahrzehnte damit verbracht, Züge durch das ganze Land zu steuern, und besitzt unendliches Wissen über die Eisenbahnwelt. Neugierig und aufgeregt, nähert sich Paul dem alten Lokführer und fragt ihn nach seinen Erlebnissen. Herr Schmidt, erfreut über Pauls Interesse, erzählt ihm von seinen Abenteuern auf den Schienen, von sonnigen Tagen und stürmischen Nächten, von weit entfernten Städten und verborgenen Dörfern. Paul lauscht gebannt den Geschichten des alten Lokführers. Er hört von stampfenden Dampflokomotiven und von ratternden Waggons, von pfeifenden Signalen und von wehenden Fahnen. Er lernt von der Kunst des Lokführers, von der Verantwortung und der Sorgfalt, von der Liebe zu den Maschinen und der Verbundenheit zu den Reisenden. Die Freundschaft zwischen Paul und Herr Schmidt wächst mit jeder Begegnung. Sie teilen Geschichten und Lachen, Träume und Hoffnungen. Herr Schmidt lehrt Paul die Geheimnisse der Eisenbahn, die Sprache der Züge und die Melodie der Schienen. Paul, mit seinen leuchtenden Augen und seinem offenen Herzen, absorbiert jedes Wort, jedes Detail und sieht in Herr Schmidt einen Mentor und Freund. Pauls Eltern beobachten die wachsende Bindung zwischen ihrem Sohn und dem alten Lokführer mit Freude und Dankbarkeit. Sie sehen, wie Paul von den Erfahrungen und dem Wissen Herr Schmidts profitiert, wie er lernt und wächst, wie er seine Liebe zur Eisenbahn vertieft und seine Träume nähert. Die Zeit mit Herr Schmidt ist für Paul ein unschätzbares Geschenk. Die Geschichten und Lektionen des alten Lokführers sind für ihn wie Fenster in eine magische Welt, voller Wunder und Möglichkeiten. Er fühlt sich Herr Schmidt verbunden, nicht nur durch ihre gemeinsame Liebe zur Eisenbahn, sondern auch durch die geteilten Momente und die gemeinsame Freude. Und während die Sonne über der alten Bahnstation untergeht und die Schatten länger werden, sitzen Paul und Herr Schmidt da, Hand in Hand, und blicken auf die verlassenen Gleise. In ihrem Schweigen hören sie das Echo vergangener Züge und sehen die Schatten längst verflogener Reisender. Sie träumen von der unbändigen Freiheit der Eisenbahn und von den unbegrenzten Möglichkeiten der Zukunft. Kapitel 5 Paul, der Eisenbahnexperte im Kindergarten Pauls Kindergarten war ein Ort voller Lachen, Spielen und Entdeckungen. Jedes Kind hatte seine eigene besondere Leidenschaft. Für Paul war es, wie jeder wusste, die Eisenbahn. Er war stolz darauf, im Kindergarten als der kleine Eisenbahnexperte bekannt zu sein. Eines Tages, während der Schoentel-Stunde, in der jedes Kind etwas Besonderes aus seinem Zuhause zeigen konnte, entschied sich Paul, seine neueste Spielzeugeisenbahn vorzustellen. Mit leuchtenden Augen setzte er sie auf den Tisch, erklärte jedes Detail und erzählte, wie er sie zu seinem Geburtstag bekommen hatte. Die Kinder waren fasziniert. Sie stellten Fragen über die verschiedenen Waggons, die Farben und wie die Eisenbahn funktionierte. Paul antwortete geduldig auf jede Frage und erzählte auch von seiner Reise ins Eisenbahnmuseum und den echten Dampfzügen, die er gesehen hatte. Die Erzieherin, Frau Müller, war beeindruckt von Pauls Wissen und seiner Leidenschaft. Sie fragte ihn, ob er den anderen Kindern ein kleines Eisenbahnprojekt vorstellen möchte. Paul war begeistert von der Idee und so verbrachten sie den Rest des Tages damit, Schienen aus Pappe zu basteln, Züge zu malen und kleine Geschichten über Eisenbahnabenteuer zu erfinden. Paul fühlte sich an diesem Tag besonders. Er hatte nicht nur seine Liebe zur Eisenbahn mit seinen Freunden geteilt, sondern ihnen auch gezeigt, wie spannend und wunderbar die Welt der Züge sein kann. Er ging an diesem Abend mit einem Lächeln nach Hause, im Herzen das warme Gefühl, dass er etwas Besonderes mit seinen Freunden geteilt hatte. Kapitel 6 Der verlorene Zug und eine neue Freundschaft Eines Nachmittags, während eines Ausflugs zum Park, brachte Paul seine Lieblingsspielzeugeisenbahn mit. Er liebte es, sie auf den Wegen fahren zu lassen und sich vorzustellen, wie sie durch weite Landschaften reiste. Während er spielte, nährte sich ein anderes Kind, Lisa, und beobachtete fasziniert, wie Paul mit seiner Eisenbahn spielte. Nach einigen Minuten des Zuschauens fragte Lisa schüchtern, ob sie mitspielen dürfte. Paul, immer bereit, seine Begeisterung für Züge zu teilen, nickte und reichte ihr einen Waggon. Zusammen ließen sie die Züge über den Gehweg rollen, bauten Brücken aus Stöcken und erzählten sich Geschichten von den Orten, die ihre Züge besuchten. Doch im Eifer des Spiels verloren sie aus den Augen, dass Pauls Lieblingszug langsam von der Gehwegkante rutschte und im Gras verschwand. Als sie es bemerkten, suchten sie verzweifelt danach, konnten ihn aber nicht finden. Paul war traurig und besorgt um seinen verlorenen Zug. Lisa, die das Ausmaß von Pauls Kummer sah, zögerte nicht. Sie rannte zu ihrer Mutter, die in der Nähe auf einer Bank saß, und kam mit einer kleinen Spielzeugeisenbahn zurück. Sie reichte sie Paul und sagte, dies ist mein Lieblingszug, und ich möchte, dass du ihn hast. Paul war überwältigt von dieser Geste. Nicht nur hatte er einen neuen Zug, sondern er hatte auch eine neue Freundin gefunden. Die beiden verbrachten den Rest des Nachmittags zusammen, spielten und lachten. Die Geschichte des verlorenen Zugs wurde zu einer ihrer liebsten Erinnerungen. Es war der Tag, an dem sie entdeckten, dass wahre Freundschaft oft in den unerwartetsten Momenten entsteht und dass das Teilen von Spielzeug und Leidenschaften herzennäher zusammenbringen kann. Kapitel 7 Das geheimnisvolle Geräusch im Wald Paul verbrachte oft Zeit bei seinen Großeltern, die am Rande eines dichten Waldes lebten. Eines Tages, während eines Spaziergangs mit seinem Großvater, hörte Paul ein seltsames, rhythmisches Geräusch in der Ferne. Es klang wie das ferne Rumpeln von Eisenbahnschienen, begleitet vom Pfeifen einer Lokomotive. Großvater, hörst du das? Es klingt wie ein Zug, rief Paul aufgeregt. Sein Großvater lächelte geheimnisvoll. Ah, das ist die Geschichte der Waldeisenbahn, begann er. Pauls Augen weiteten sich vor Neugier. Er setzte sich auf einen Baumstumpf und lauschte gespannt. Vor vielen Jahren, vor sein Großvater fort, gab es eine Eisenbahnlinie, die durch diesen Wald führte. Die Züge brachten Holz, Lebensmittel und manchmal sogar Zirkustiere von einem Dorf zum anderen. Aber mit der Zeit wurde eine neue Strecke gebaut, und die alte Linie wurde aufgegeben. Die Schienen wurden entfernt und die Natur eroberte das Land zurück. Paul schaute sich um und versuchte, Spuren der alten Eisenbahnlinie zu entdecken. Aber Großvater, warum hören wir dann immer noch den Klang eines Zuges? Sein Großvater schmunzelte. Nun, das ist das Geheimnis dieses Waldes. Man sagt, dass der Geist des letzten Zuges, der hier fuhr, immer noch durch den Wald fährt, besonders an stillen Tagen, wenn der Wind die Blätter bewegt und die Vögel singen. Paul war fasziniert. Jedes Mal, wenn er danach den Wald besuchte, versuchte er, den geheimnisvollen Zug zu hören und vielleicht sogar einen flüchtigen Blick darauf zu erhaschen. Es wurde zu einem liebgewonnenen Spiel zwischen ihm und seinem Großvater, das sie jedes Mal spielten, wenn sie zusammen durch den Wald wanderten. Und so, auch wenn er nie den Geisterzug sah, bewahrte Paul das Geheimnis des Waldes in seinem Herzen. Es war eine Erinnerung an die magischen Momente, die er mit seinem Großvater teilte, und an die Kraft von Geschichten, die unsere Vorstellungskraft beflügeln können. Kapitel 8 Paul und sein Großvater sehen zusammen Eisenbahnfilme an Pauls Großvater ist ein weiser und gütiger alter Mann, der viele Geschichten aus vergangenen Tagen zu erzählen hat. Er weiß von Pauls Liebe zu Zügen und überrascht ihn eines Tages mit alten Filmen von majestätischen Dampflokomotiven und schnellen Expresszügen. Gemeinsam setzen sie sich vor den Fernseher, Pauls Augen leuchten vor Erwartung, und sein Großvater startet den Filmprojektor. Die Bilder auf dem Bildschirm faszinieren Paul. Er sieht riesige Dampfwolken und hört das Schnauben und Pfeifen der Lokomotiven. Er beobachtet, wie Menschen aus einer anderen Zeit in eleganter Kleidung in die Waggons steigen und sich von liebevoll winkenden Menschenmengen verabschieden. Jedes Zähne ist ein Fenster in eine vergangene, magische Welt, und Paul saugt jedes Detail in sich auf. Sein Großvater sitzt neben ihm und erzählt ihm von der goldenen Ära der Eisenbahn. Er spricht von weiten Reisen durch unberührte Landschaften, von abenteuerlichen Überfahrten über hohe Brücken und durch dunkle Tunnel. Paul lauscht gebannt den Geschichten seines Großvaters und stellt sich vor, wie es wäre, selbst in dieser zauberhaften Zeit der Dampflokomotiven zu leben. Jedes Mal, wenn Sie zusammen einen dieser Filme anschauen, spürt Paul eine tiefe Verbindung zu seinem Großvater und der faszinierenden Welt der Eisenbahnen. Diese gemeinsamen Momente sind für ihn kostbare Juwelen der Erinnerung, in denen die Zeit still zu stehen scheint und Generationen durch die gemeinsame Liebe zur Eisenbahn verbunden sind. Paul erfährt durch die Filme und Erzählungen seines Großvaters nicht nur viel über die Geschichte der Eisenbahn, sondern auch über die Werte von Familie, Tradition und Respekt. Er lernt, die Vergangenheit zu schätzen und zu verstehen, wie sie die Gegenwart und Zukunft formt. Diese besonderen Momente mit seinem Großvater sind für Paul eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und des Glücks, und sie stärken sein Verlangen, die Wunder der Eisenbahn selbst zu erforschen und zu erleben. In seinem Herzen trägt er die Liebe zu Zügen und die Weisheit seines Großvaters für immer mit sich. Kapitel 9 Pauls Reise im Traumland In einer klaren Nacht, nachdem Paul sich mit seinen Eisenbahnspielzeugen im Wohnzimmer vergnügt hatte, legte er sich müde ins Bett. Die Sterne funkelten draußen am Himmel, und Paul schloss seine Augen für einen tiefen Schlaf. Plötzlich fand er sich in einem wundersamen Traumland wieder, einem Ort, wo die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwanden. Vor ihm erstreckte sich eine riesige, schimmernde Eisenbahnstrecke, die scheinbar ins Unendliche führte. Ein glänzender Zug mit funkelnden Lichtern hielt vor ihm und eine freundliche Stimme rief, »Komm an Bord, Paul! Deine Reise wartet!« Ohne zu zögern, stieg Paul in den Zug und setzte sich auf einen weichen, samtigen Sitz. Der Zug setzte sich in Bewegung und durch das Fenster sah er wundersame Landschaften vorbeiziehen, schwebende Inseln, glitzernde Flüsse, die in der Luft flossen, und sogar Drachen, die neben dem Zug flogen. An jeder Station hielt der Zug und Paul entdeckte neue, fantastische Welten. Er besuchte eine Stadt, die vollständig aus Süßigkeiten gebaut war, tanzte mit sprechenden Tieren in einem leuchtenden Wald und schwamm mit mehr Jungfrauen in einem kristallklaren See. Aber das beeindruckendste war der Lokführer des Zuges, ein weiser alter Mann mit einem langen, silbernen Bart. Er erzählte Paul Geschichten aus vergangenen Zeiten, von heldenhaften Lokführern und magischen Zügen, die Wunder vollbringen konnten. »Erinnere dich immer daran, Paul«, sagte der Lokführer, »als die Reise zu Ende ging, dass die Eisenbahn nicht nur ein Transportmittel ist, sondern auch eine Brücke zu wunderbaren Abenteuern und unbegrenzter Fantasie.« Als Paul erwachte, fühlte er sich erfrischt und inspiriert. Auch wenn es nur ein Traum war, hatte er das Gefühl, wirklich auf einer magischen Reise gewesen zu sein. Und von diesem Tag an wusste er, dass Züge für ihn nicht nur Maschinen aus Stahl und Dampf waren, sondern auch Schlüssel zu unendlichen Abenteuern in seiner Vorstellungskraft. Kapitel 10 Paul und das alte Eisenbahnbuch An einem regnerischen Samstag fand Paul sich in der gemütlichen Ecke eines lokalen Antiquariats wieder. Er liebte es, zwischen den alten Büchern zu stöbern und Geschichten aus längst vergangenen Zeiten zu entdecken. Während er durch die Regale schaute, fiel sein Blick auf ein großes, abgenutztes Buch mit dem Titel »Wunder der Eisenbahnen«. Neugierig zog er das Buch heraus und schlug es auf. Jede Seite war gefüllt mit detailreichen Illustrationen von Zügen aus verschiedenen Epochen, von alten Dampfloks bis hin zu modernen Hochgeschwindigkeitszügen. Es gab auch Geschichten von berühmten Lokführern, bahnbrechenden Eisenbahnlinien und den Herausforderungen des Baus von Tunneln und Brücken in schwierigem Gelände. Paul war fasziniert. Jede Seite war ein Fenster in eine andere Zeit und Welt. Er las von mutigen Ingenieuren, die gegen alle Widrigkeiten bahnbrechende Technologien entwickelten, von abenteuerlustigen Reisenden, die den Kontinent auf der Suche nach neuen Erfahrungen durchquerten, und von kleinen Dörfern, die durch die Ankunft der Eisenbahn transformiert wurden. Das Buch war so fesselnd, dass Paul die Zeit völlig vergaß. Als er aufblickte, war es bereits Abenddämmerung und das Antiquariat war fast leer. Der Buchhändler, ein älterer Herr mit freundlichen Augen, lächelte ihn an. Ein besonderes Buch, nicht wahr, sagte er. Es gehörte meinem Großvater. Er arbeitete sein ganzes Leben an der Eisenbahn und sammelte diese Geschichten. Paul nickte er fürchtig. Es ist wunderbar. Es fühlt sich an, als würde ich durch die Zeit reisen. Der Buchhändler lächelte warm. Warum nimmst du es nicht mit nach Hause? Ich glaube, es hat einen besonderen Besitzer gefunden. Pauls Augen leuchteten vor Freude. Mit dem Buch fest in den Armen trat er in die regnerische Nacht hinaus, im Herzen das Wissen, dass er nicht nur ein Buch, sondern auch einen Schatz voller Geschichten und Erinnerungen gefunden hatte. Und er war entschlossen, jede einzelne davon zu entdecken. Kapitel 11 Pauls Besuch im Eisenbahnmuseum Eines sonnigen Morgens führten Pauls Eltern ihn zu einem besonderen Ausflugsort, dem örtlichen Eisenbahnmuseum. Schon beim Betreten des großen Geländes war Pauls Aufregung spürbar. Überall standen alte Lokomotiven und Waggons, Zeugen einer vergangenen Zeit, als Dampf und Kohle die Welt in Bewegung setzten. Der erste Halt war bei einer riesigen Dampflokomotive. Paul staunte über die gewaltigen Räder und den schwarzen Kessel. Ein freundlicher Museumsführer erklärte, wie die Maschine funktionierte und ließ Paul sogar die Hupe betätigen, die mit einem kräftigen Zischen und Pfeifen antwortete. Pauls Lachen klang über das ganze Gelände. Weiter ging es zu den Passagierwaggons. Paul dürfte in einen luxuriösen Waggon aus den 1920er Jahren klettern, der einst für transkontinentale Reisen verwendet wurde. Samtbezogene Sitze, Mahagoni-Tische und alte Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden erzählten Geschichten von glamourösen Reisen und fernen Zielen. Dann entdeckte Paul einen alten Güterwaggon, der mit alten Koffern und Spielzeug beladen war. Es war eine interaktive Ausstellung, bei der Kinder die Fracht verladen und sortieren konnten. Mit glänzenden Augen und eifriger Begeisterung half Paul dabei, die Ladung für die nächste Abfahrt vorzubereiten. Der Höhepunkt des Tages war eine kurze Fahrt in einem restaurierten Zug aus den 1950er Jahren. Während der Zug langsam über das Museumsgelände tuckerte, spürte Paul die Vibrationen der Maschine und hörte das vertraute Klicken der Schienen. Er lehnte sich zurück und stellte sich vor, wie es gewesen sein muss, in einer Zeit zu reisen, in der Züge das Hauptverkehrsmittel waren. Als der Tag sich dem Ende neigte, war Paul müde, aber unglaublich glücklich. Er hatte eine Reise in die Vergangenheit unternommen und die Wunder der Eisenbahngeschichte hautnah erlebt. Und während er im Auto nach Hause saß, träumte er von den vielen Abenteuern, die er eines Tages auf den Schienen dieser Welt erleben würde. Kapitel 12 Das Geheimnis des alten Bahnhofs Eines Tages, während eines Familienausflugs in ein nahegelegenes Dorf, stolperte Paul über einen verlassenen Bahnhof. Dieser Bahnhof, überwuchert von Gräsern und Sträuchern, schien seit Jahren vergessen zu sein. Das alte Bahnhofsschild, dessen Farbe abblätterte, war kaum noch lesbar, und die Schienen waren von Rost bedeckt. Pauls Neugier war geweckt. Mit vorsichtigen Schritten näherte er sich dem alten Bahnsteig. Ein alter Fahrplan, dessen Daten längst verblast waren, hing an einer rostigen Tafel. Das Dach des Bahnhofs war an mehreren Stellen eingebrochen, doch der alte Warteraum schien immer noch intakt zu sein. Als Paul vorsichtig die knarrende Tür öffnete, entdeckte er im Inneren eine Zeitkapsel. Alte Holzbänke, ein alter Kamin, der immer noch Spuren von Asche zeigte, und ein verlassenes Ticketschalterfenster. Auf dem Boden lagen vergilbte Tickets, als ob sie auf Passagiere warteten, die nie ankamen. In einer Ecke des Raumes fand Paul eine alte Kiste. Sie war mit Staub bedeckt, aber als er sie öffnete, entdeckte er darin alte Fotografien. Bilder von lachenden Passagieren, stolzen Lokführern und glänzenden Zügen, die an diesem Bahnhof Halt machten. Es gab auch ein altes Tagebuch, das von einem Bahnhofsvorsteher namens Herr Müller geschrieben wurde. Paul blätterte durch die Seiten und glas von den täglichen Geschehnissen, den Herausforderungen des Winterwetters und den kleinen Freuden des Bahnhofslebens. Es war, als hätte Paul ein verborgenes Stück Geschichte entdeckt, ein Fenster zu einer Zeit, in der dieser Bahnhof das pulsierende Herz des Dorfes war. Mit der Kiste in den Händen kehrte er zu seinen Eltern zurück, die ebenso fasziniert von dem Fund waren. Sie beschlossen, die Geschichten und Bilder mit dem örtlichen Geschichtsverein zu teilen, um sicherzustellen, dass die Erinnerungen an diesen besonderen Ort bewahrt werden. Für Paul war es ein Tag der Entdeckung und des Staunens. Er hatte nicht nur die Magie der Züge und Bahnhöfe verstanden, sondern auch die Bedeutung der Erinnerungen und Geschichten, die sie mit sich bringen. Es war ein weiterer Beweis für seine tiefe Liebe und Faszination für die Welt der Eisenbahnen. Kapitel 13 Pauls erster Modellbahnbausatz Zu Pauls Geburtstag erhielt er ein besonderes Geschenk von seinem Großvater, einen Modellbahnbausatz. Es war kein gewöhnlicher Bausatz, sondern ein sorgfältig ausgewähltes Set, das Großvater in seinen jungen Jahren selbst zusammengebaut hatte. In der großen Holzkiste fand Paul winzige Schienen, Miniaturzüge, kleine Gebäude, Bäume und sogar winzige Menschenfiguren. Das Set war so detailreich, dass es Pauls Vorstellungskraft überstieg. Mit leuchtenden Augen und unter der Anleitung seines Großvaters begann Paul, seine eigene kleine Eisenbahnwelt zu erschaffen. Sie verbrachten Stunden damit, die Schienen zu verlegen, die Gebäude zu positionieren und sicherzustellen, dass jeder Zug und Waggon perfekt platziert war. Während sie arbeiteten, erzählte Großvater Geschichten aus seiner Kindheit, wie er stundenlang mit dem gleichen Bausatz spielte und sich Geschichten über die winzigen Figuren und Züge ausdachte. Es waren Geschichten von Abenteuern, von verlorenen Lieben und von mutigen Lokführern, die ihre Züge durch gefährliche Landschaften steuerten. Als die Modellbahn fertig war, drückte Paul vorsichtig den Schalter, und der kleine Zug begann, sich auf den Schienen zu bewegen. Er durchquerte kleine Dörfer, überquerte Brücken und hielt an winzigen Bahnhöfen. Es war, als ob eine ganze Welt zum Leben erweckt wurde, direkt vor Pauls Augen. Der Tag verging wie im Flug, und als es Zeit war, ins Bett zu gehen, konnte Paul kaum seine Augen von der Modellbahn lassen. Es war nicht nur ein Spielzeug, sondern ein Erbe, eine Verbindung zu den Geschichten und Erinnerungen seines Großvaters. In dieser Nacht träumte Paul von winzigen Abenteuern in seiner Modellbahnwelt. Er war der mutige Lokführer, der durch unbekannte Landschaften fuhr, neue Orte entdeckte und den Bewohnern seiner kleinen Welt half. Es war ein Traum, der Pauls Liebe zur Eisenbahn und die tiefe Verbindung zu seinem Großvater unterstrich. Ein Traum, den er nie vergessen würde. Kapitel 13 Pauls erster Modellbahnbausatz Zu Pauls Geburtstag erhielt er ein besonderes Geschenk von seinem Großvater, einen Modellbahnbausatz. Es war kein gewöhnlicher Bausatz, sondern ein sorgfältig ausgewähltes Set, das Großvater in seinen jungen Jahren selbst zusammengebaut hatte. In der großen Holzkiste fand Paul winzige Schienen, Miniaturzüge, kleine Gebäude, Bäume und sogar winzige Menschenfiguren. Das Set war so detailreich, dass es Pauls Vorstellungskraft überstieg. Mit leuchtenden Augen und unter der Anleitung seines Großvaters begann Paul, seine eigene kleine Eisenbahnwelt zu erschaffen. Sie verbrachten Stunden damit, die Schienen zu verlegen, die Gebäude zu positionieren und sicherzustellen, dass jeder Zug und Waggon perfekt platziert war. Während sie arbeiteten, erzählte Großvater Geschichten aus seiner Kindheit, wie er stundenlang mit dem gleichen Bausatz spielte und sich Geschichten über die winzigen Figuren und Züge ausdachte. Es waren Geschichten von Abenteuern, von verlorenen Lieben und von mutigen Lokführern, die ihre Züge durch gefährliche Landschaften steuerten. Als die Modellbahn fertig war, drückte Paul vorsichtig den Schalter, und der kleine Zug begann, sich auf den Schienen zu bewegen. Er durchquerte kleine Dörfer, überquerte Brücken und hielt an winzigen Bahnhöfen. Es war, als ob eine ganze Welt zum Leben erweckt wurde, direkt vor Pauls Augen. Der Tag verging wie im Flug, und als es Zeit war, ins Bett zu gehen, konnte Paul kaum seine Augen von der Modellbahn lassen. Es war nicht nur ein Spielzeug, sondern ein Erbe, eine Verbindung zu den Geschichten und Erinnerungen seines Großvaters. In dieser Nacht träumte Paul von winzigen Abenteuern in seiner Modellbahnwelt. Er war der mutige Lokführer, der durch unbekannte Landschaften fuhr, neue Orte entdeckte und den Bewohnern seiner kleinen Welt half. Es war ein Traum, der Pauls Liebe zur Eisenbahn und die tiefe Verbindung zu seinem Großvater unterstrich. Ein Traum, den er nie vergessen würde. Kapitel 14 Pauls nächtliches Eisenbahnabenteuer Eines Abends, als Paul im Bett lag und gerade eingeschlafen war, hörte er das ferne Geräusch einer Dampfpfeife. Es war nicht das übliche Geräusch der Züge, die in der Nähe seines Hauses vorbeifuhren. Es klang älter, nostalgischer. Von Neugier getrieben, schlich Paul ans Fenster und blickte hinaus. Zu seiner Überraschung sah er einen prächtigen alten Dampfzug auf den Schienen neben seinem Haus stehen. Der Zug schien aus einer anderen Zeit zu stammen, mit glänzenden schwarzen und goldenen Verzierungen. Bevor er sich versah, öffnete sich eine Tür des Zuges, und ein freundlicher Schaffner winkte ihm zu. Komm, Paul! Es ist Zeit für ein Abenteuer, rief der Schaffner mit einer Stimme, die gleichzeitig alt und jugendlich klang. Ohne zu zögern, schlüpfte Paul in seine Schuhe, rannte nach draußen und bestieg den Zug. Der Innenraum war warm und gemütlich, mit Samtpolstern und goldenen Lampen, die den Raum in ein sanftes Licht tauchten. Der Zug setzte sich in Bewegung, und Paul fühlte, wie sie durch die Zeit reisten. Sie hielten an alten Bahnhöfen, sahen Menschen in historischen Kleidern und beobachteten Landschaften, die sich über die Jahrhunderte hinweg veränderten. An jedem Halt erzählte der Schaffner Paul Geschichten über die Orte, die sie besuchten. Von heroischen Lokführern, rätselhaften Passagieren und magischen Zugreisen. Als der Morgen anbrach, fand sich Paul wieder in seinem Bett. Der alte Dampfzug war verschwunden, und alles schien ein Traum gewesen zu sein. Doch als er aufstand und sein Fenster öffnete, fand er eine kleine goldene Fahrkarte auf der Fensterbank. Paul lächelte, hielt die Fahrkarte fest und wusste, dass sein nächtliches Eisenbahnabenteuer vielleicht doch nicht nur ein Traum war. Es war eine magische Reise, die seine tiefe Liebe zur Eisenbahn und die Wunder der Vergangenheit feierte. Ein Abenteuer, das er sein Leben lang schätzen würde. Kapitel 15 Der kleine Lokführer Paul Im Herzen der Stadt gab es einen kleinen Park mit einem besonderen Vergnügen für Kinder, eine Miniatur Eisenbahn. Jedes Wochenende fuhren Familien dorthin, um den Zauber des kleinen Zuges zu erleben. Für die meisten Kinder war es nur ein kurzes Vergnügen, aber für Paul war es ein magischer Ort. Eines Tages, nachdem er viele Male als begeisterter Passagier gefahren war, erklärte der Zugführer Herr Schneider, dass er eine kleine Pause brauche. Er schaute sich um und sein Blick blieb an Paul hängen. Möchtest du für eine Weile der Lokführer sein? fragte er mit einem schelmischen Lächeln. Pauls Augen weiteten sich vor Überraschung und Freude. Ohne zu zögern, nickte er. Nach einer kurzen Einweisung saß Paul auf dem kleinen Lokführersitz, die Hände fest am Steuer. Mit einem Pfiff setzte sich der Zug in Bewegung. Paul fühlte, wie die kühle Brise ihm ins Gesicht wehte, während er die Schienen entlang fuhr. Er lächelte jedem Passagier zu, der an Bord kam, und genoss jede Sekunde dieses besonderen Erlebnisses. Als sie an einem kleinen Teich vorbeifuhren, sah er Enten, die neugierig den Zug beobachteten. Kinder winkten ihm zu, während sie auf dem Gras spielten. Und als sie durch den kleinen Tunnel fuhren, hörte er das fröhliche Lachen der Passagiere, das von den Wänden widerhallte. Nach ein paar Runden kam Herr Schneider zurück, lobte Paul für seine hervorragende Arbeit und dankte ihm. Paul stieg mit einem breiten Grinsen im Gesicht ab und lief zu seinen Eltern zurück, die stolz auf ihren kleinen Lokführer waren. An diesem Tag war Paul nicht nur ein einfacher Junge, der Züge liebte. Er war der Held vieler Kinder, der sie sicher auf einer magischen Reise durch den Park führte. Es war ein Erlebnis, das seine Leidenschaft für Eisenbahnen bestätigte und ihm das Gefühl gab, wirklich ein Teil dieser wunderbaren Welt zu sein. Kapitel 16 Pauls Zugreise in die Berge Eines Tages verkünden Pauls Eltern eine aufregende Überraschung, die Familie wird eine Zugreise in die Berge machen. Pauls Herz hüpft vor Freude, seine Augen strahlen. Er hat schon oft von den majestätischen Bergen geträumt, von den schroffen Gipfeln und grünen Tälern, und jetzt wird sein Traum wahr werden, und das auch noch mit dem Zug. Am Tag der Reise kann Paul seine Aufregung kaum zügeln. Er hüpft von einem Fuß auf den anderen, während er darauf wartet, in den Zug zu steigen. Als der Zug schließlich einfährt, mit einem lauten Zischen und einem Pfeifen, klatscht Paul vor Freude in die Hände. Der Zug sieht genauso aus wie in seinen Büchern, groß und mächtig, und Paul kann es kaum erwarten, an Bord zu gehen. Im Zug findet Paul schnell einen Platz am Fenster. Er presst seine kleine Nase gegen die Scheibe und beobachtet fasziniert, wie die Welt an ihm vorbeizieht. Er sieht Felder und Wälder, Dörfer und Städte, und mit jedem Kilometer wird die Landschaft wilder und die Berge rücken näher. Paul ist überwältigt von der Schönheit der Natur. Er sieht hohe Berge mit schneebedeckten Gipfeln, tiefe Täler mit plätschernden Bächen, und grüne Almwiesen mit weidenden Kühen. Er fühlt sich wie in einem Märchen, und er kann kaum glauben, dass er all diese Wunder mit eigenen Augen sehen darf. Seine Eltern lächeln, wenn sie seine begeisterten Ausrufe und sein strahlendes Gesicht sehen. Sie wissen, wie sehr Paul Züge und Berge liebt, und sie sind glücklich, ihm dieses Erlebnis ermöglichen zu können. Sie teilen Geschichten und Snacks und genießen die Zeit als Familie, während der Zug durch die malerische Landschaft fährt. Die Reise ist für Paul ein unvergessliches Abenteuer. Er lernt viel über die Berge und die Natur, und er erfährt, wie schön es ist, mit seinen Liebsten zu reisen. Er träumt davon, eines Tages wieder in die Berge zu fahren, vielleicht als Lokführer seines eigenen Zuges. Als der Tag zu Ende geht und die Sonne hinter den Bergen untergeht, lehnt Paul sich zurück und lauscht dem gleichmäßigen Rattern des Zuges. Er fühlt sich glücklich und dankbar und weiß, dass er diese Reise und die Wunder, die er gesehen hat, nie vergessen wird. In seinem Herzen trägt er die Erinnerungen an die majestätischen Berge und den ratternden Zug, Symbole seiner Liebe zur Natur und zur Eisenbahn. Kapitel 17 Paul und das geheimnisvolle Buch Eines Tages stolperte Paul in der alten Buchhandlung seiner Stadt über ein Buch, das den Titel »Die Legenden der Eisenbahnen« trug. Das Cover war abgenutzt und die Seiten gelblich, aber die prächtigen Illustrationen von Zügen und mystischen Landschaften zogen ihn sofort an. Er öffnete das Buch und begann, eine Geschichte über einen Zug namens »Der Sternenexpress« zu lesen, der nur einmal alle hundert Jahre erschien und seine Passagiere zu einem geheimen Ort brachte, an dem Wünsche wahr wurden. Abend für Abend tauchte Paul in die Geschichten des Buches ein. Von Zügen, die durch die Zeit reisten, über Lokomotiven, die bei Vollmond zum Leben erwachten, bis hin zu geheimen unterirdischen Bahnhöfen, die von mystischen Kreaturen bewohnt wurden. Doch das wirklich Besondere war, dass, jedes Mal wenn er eine Geschichte las, es schien, als ob er wirklich dort war. Er konnte das Rattern der Räder, das Zischen des Dampfes und die ferne Melodie der Dampfpfeifen hören. Er fühlte die Vibrationen der Züge und den Wind, der ihm durch die Haare wehte, wenn er aus dem Fenster eines fahrenden Zuges blickte. Eines Abends, nachdem er eine besonders packende Geschichte beendet hatte, legte er das Buch beiseite und schlief ein. Doch mitten in der Nacht wurde er vom Klang einer Dampfpfeife geweckt. Er rannte zum Fenster und sah zu seiner Überraschung den »Sternenexpress« auf den Schienen neben seinem Haus. Paul zögerte keinen Moment. Er schnappte sich das Buch und rannte hinaus, um den Zug zu besteigen. Wohin der »Sternenexpress« ihn bringen würde, wusste er nicht. Aber er war bereit für das Abenteuer seines Lebens. Am nächsten Morgen fand Pauls Mutter ihn schlafend in seinem Bett, das geheimnisvolle Buch fest umklammert. War es nur ein Traum gewesen? Oder hatte Paul tatsächlich eine magische Zugreise unternommen? Eines war sicher, das Buch hatte Pauls Fantasie entzündet und seine Liebe zur Eisenbahn auf wunderbare und unerwartete Weise vertieft. Kapitel 18 – Das Rätsel der verlorenen Spielzeugeisenbahn Pauls Großvater hatte ihm immer von einer besonderen Spielzeugeisenbahn erzählt, die er als Kind besaß. Es war keine gewöhnliche Eisenbahn, sondern eine mit handbemalten Details und winzigen Figuren, die so lebensecht wirkten, dass man fast glauben konnte, sie würden sich bewegen. Aber eines Tages verschwand die Eisenbahn spurlos, und trotz jahrelanger Suche konnte Großvater sie nie wieder finden. Eines Nachmittags, als Paul den Dachboden erkundete, stieß er auf eine alte, staubige Kiste. Neugierig öffnete er sie und fand darin eine wunderschön verzierte Spielzeugeisenbahn. Sie sah genauso aus, wie sein Großvater sie beschrieben hatte. Er setzte den Zug auf eine nahegelegene Spielzeugschiene und beobachtete, wie die kleine Lokomotive langsam zum Leben erwachte. Sie fuhr geschmeidig um die Kurven und über die Brücken, und die kleinen Figuren schienen zu winken und zu lachen. Paul war begeistert von dem Fund und beschloss, seinen Großvater zu überraschen. Als er ihm die wiederentdeckte Eisenbahn präsentierte, leuchteten Großvaters Augen vor Freude. Er erzählte Paul von den Tagen, an denen er stundenlang mit der Eisenbahn spielte, und von den Abenteuern, die er sich ausdachte. Zusammen verbrachten sie den ganzen Nachmittag damit, die Eisenbahn fahren zu lassen, Brücken zu bauen und neue Geschichten zu erfinden. Es war ein besonderer Moment, in dem Generationen durch die Magie der Eisenbahn verbunden wurden. Die Spielzeugeisenbahn wurde zu einem wertvollen Familienerbstück, das Paul und sein Großvater schätzten. Es war nicht nur ein Spielzeug, sondern ein Symbol für die Erinnerungen und die unvergängliche Liebe zur Eisenbahn, die sie teilten. Kapitel 19 Pauls Freude beim Zuwinken Für den kleinen Paul gibt es kaum eine größere Freude, als an den Gleisen zu stehen und den vorbeifahrenden Zügen zuzuwinken. Sein kleines Herz klopft vor Aufregung jedes Mal, wenn er das ferne Rattern und Pfeifen hört, ein Zeichen, dass ein Zug im Anmarsch ist. Paul steht oft an seinem Lieblingsplatz, einer kleinen Wiese neben den Gleisen, und beobachtet, wie die Züge vorbeirasen. Er sieht Güterzüge mit unzähligen Waggons, schnelle Personenzüge mit glänzenden Fenstern, und manchmal sogar eine alte Dampflokomotive, die Rauch und Funken in den Himmel spuckt. Seine Augen verfolgen jeden Zug, bis er am Horizont verschwindet, und ein Gefühl von Glück und Frieden erfüllt sein Herz. Pauls kleines Ritual ist nicht unbemerkt geblieben. Die Lokführer kennen bereits den kleinen Jungen, der bei jedem Wetter an den Gleisen steht und ihnen zuwinkt. Sie lächeln und winken zurück und freuen sich über seine Begeisterung und seine unschuldige Freude. Manchmal pfeifen sie sogar und winken aus dem Fenster, um Paul eine besondere Freude zu machen. Für Paul sind diese Momente magisch. Er fühlt sich den Lokführern verbunden, als wären sie alte Freunde. Er träumt davon, eines Tages selbst Lokführer zu sein und anderen Kindern zuzuwinken. Er stellt sich vor, wie es wäre, die Weiten der Welt zu bereisen, neue Orte zu entdecken und neue Freunde zu finden. Pauls Eltern beobachten ihn oft aus der Ferne und sehen das Leuchten in seinen Augen. Sie wissen, wie sehr er Züge liebt, und sie sind froh, dass er diese kleine Freude in seinem Leben hat. Sie hoffen, dass er seine Liebe zur Eisenbahn und seine Freundlichkeit nie verlieren wird und dass er immer das Glück in den kleinen Dingen des Lebens finden wird. Jedes Winken, jedes Lächeln stärkt Pauls Liebe zur Eisenbahn und nährt seine Träume. In seiner kindlichen Unschuld sieht er die Züge als Symbole der Freiheit und der Abenteuer und die Lokführer als Helden seiner Fantasie. Und während die Züge weiter durch das Land rasen, steht der kleine Paul da, winkt und träumt von der weiten, wunderbaren Welt der Eisenbahnen. Kapitel 20 Paul und die Eisenbahn im Winterwunderland Der erste Schnee des Jahres hatte die Stadt in eine weiße Decke gehüllt. Paul blickte aus dem Fenster und beobachtete, wie die Flocken sanft vom Himmel fielen. Es war der perfekte Tag, um mit seiner Spielzeugeisenbahn zu spielen. Er breitete die Schienen auf dem Boden aus und platzierte die Waggons und die Lokomotive darauf. Dann holte er kleine Bäume, Tiere und Figuren hervor und schuf ein winterliches Dorf rund um die Eisenbahn. Mit jeder hinzugefügten Figur wuchs seine Vorstellungskraft. In Pauls Fantasie wurde die kleine Spielzeuglandschaft zum Leben erweckt. Der Zug ratterte durch verschneite Wälder, vorbei an zugefrorenen Seen und durch das idyllische Winterdorf. Die Menschen winkten dem Zug zu, Kinder bauten Schneemänner, und in der Ferne hörte man das Lachen von Schlittenfahrern. Während der Zug weiter fuhr, näherte er sich einem Berg. Paul stellte sich vor, wie schwierig es für die Lokomotive sein muss, den verschneiten Hang hinaufzufahren. Aber mit einem lauten Pfeifen und einer Wolke aus Dampf schaffte es die Lokomotive, den Gipfel zu erreichen, von wo aus man einen atemberaubenden Blick auf das gesamte Winterwunderland hatte. Als es Zeit wurde, das Spiel zu beenden, war Paul erfüllt von einem warmen Gefühl. Obwohl es draußen kalt war, hatte die Magie seiner Eisenbahn und seiner Fantasie ihm ein Gefühl von Geborgenheit und Freude gegeben. Am Abend, beim Einschlafen, träumte er von weiteren Abenteuern im Winterwunderland, angetrieben von der unendlichen Magie der Eisenbahnen und der Kraft der Vorstellungskraft. Es war ein Tag, den er nicht so schnell vergessen würde, ein Tag, an dem die Welt draußen und die Welt in seinem Kopf in perfekter Harmonie miteinander verschmolzen. Kapitel 21 Paul und der versteckte Bahnhof Während eines Spaziergangs mit seinem Vater im nahegelegenen Wald entdeckte Paul eine alte, überwachsene Eisenbahnschiene. Sie war von Moos und Erde bedeckt, und viele der Schwellen waren morsch. Pauls Neugier war geweckt. Wohin führte diese Schiene? Gemeinsam mit seinem Vater folgte er der Spur, bis sie vor einem massiven Berg stehen blieben. Dort, halb von der Natur verdeckt, fanden sie den Eingang zu einem Tunnel und daneben die verblassten Überreste eines Schildes, das zum versteckten Bahnhof, las. Vorsichtig betraten sie den Tunnel. Nach einigen Minuten erreichten sie einen wunderschönen, alten Bahnhof, der von der Zeit vergessen schien. Obwohl er überwachsen und verlassen war, strahlte er eine ruhige Eleganz aus. Paul konnte sich lebhaft vorstellen, wie es hier einst zuging, Reisende, die auf Züge warteten, Kinder, die mit ihren Familien spielten, und Züge, die unter dem Klang von Dampfpfeifen ein- und ausfuhren. Während sie den Bahnhof erkundeten, fand Paul eine alte Lokomotive, die noch immer auf den Gleisen stand. Sie war rostig und mit Spinnweben bedeckt, aber Paul konnte sehen, dass sie einst eine mächtige Maschine gewesen war. Er kletterte in den Führerstand und stellte sich vor, wie es wäre, diesen Zug zu steuern und durch unbekannte Länder zu fahren. Plötzlich hörten sie ein leises Rumpeln. Zu ihrer Überraschung rollte ein wunderschön restaurierter Zug in den Bahnhof. Ein älterer Mann stieg aus und stellte sich als der Hüter des versteckten Bahnhofs vor. Er erzählte ihnen, dass er einmal im Jahr den Bahnhof besucht, um sich an die glorreichen Tage der Eisenbahn zu erinnern und sicherzustellen, dass die Geschichte dieses Ortes nicht vergessen wird. Paul und sein Vater verbrachten den ganzen Nachmittag mit dem Hüter, hörten seine Geschichten und lernten mehr über die Magie der Eisenbahnen. Als es Zeit wurde zu gehen, gab der Hüter Paul eine kleine Pfeife als Erinnerung an diesen besonderen Tag. Zu Hause erzählte Paul begeistert seiner Familie von ihrem Abenteuer. Und jedes Mal, wenn er die Pfeife sah, erinnerte er sich an den versteckten Bahnhof und die Magie, die in der Welt der Eisenbahnen verborgen liegt. Kapitel 22 Pauls geheimes Eisenbahnprojekt In den Sommerferien beschloss Paul, ein geheimes Projekt zu starten. Jeden Morgen, nachdem er sein Frühstück beendet hatte, verschwand er in der alten Scheune hinter dem Haus. Stundenlang hörte man von dort Hammer und Sägegeräusche. Neugierig, aber respektvoll gegenüber Pauls Wunsch nach Geheimhaltung, versuchten seine Eltern, nicht zu sehr nachzufragen. Sie sahen nur, wie Paul ab und zu in den Baumarkt fuhr, um Holz, Nägel und andere Materialien zu besorgen. Eines Tages, nach Wochen harter Arbeit, lud Paul seine Familie zur großen Enthüllung in die Scheune ein. Als sie die Türen öffneten, trauten sie ihren Augen kaum. Vor ihnen erstreckte sich ein riesiges, detailreiches Modell einer Eisenbahnlandschaft. Es gab Berge, Tunnel, Brücken, Dörfer und sogar einen kleinen Wasserfall, neben dem ein Zug vorbei fuhr. Paul hatte eine komplette Eisenbahnwelt geschaffen. Er erklärte, wie er jedes Stück sorgfältig geplant und gebaut hatte. Die Züge wurden mit einer Fernsteuerung bedient, und er hatte sogar kleine Lichter eingebaut, die die Szenerie in der Dämmerung beleuchteten. Seine Familie war beeindruckt. Nicht nur von der Größe und Detailtreue des Modells, sondern auch von der Hingabe und Leidenschaft, die Paul in dieses Projekt gesteckt hatte. Es war klar, dass seine Liebe zur Eisenbahn tief verwurzelt war. In den folgenden Wochen kamen Verwandte, Freunde und Nachbarn, um Pauls Meisterwerk zu bewundern. Viele brachten ihre eigenen Modelleisenbahnen mit, um sie auf den Gleisen fahren zu lassen. Die Scheune wurde zu einem Treffpunkt für Eisenbahnenthusiasten jeden Alters. Und während die Züge ihre Runden drehten, erzählte Paul stolz von seiner Arbeit und seiner unendlichen Liebe zur Eisenbahn. Es war nicht nur ein Modell, es war ein Zeugnis seiner Kreativität, Ausdauer und Leidenschaft. Kapitel 23 Das Rätsel der alten Lokomotive Eines Tages, während eines Besuchs bei seinen Großeltern, erzählte Pauls Opa ihm von einer alten Dampflokomotive, die irgendwo auf dem Familiengrundstück versteckt sein sollte. Die Lokomotive war einst im Besitz des Urgroßvaters von Paul und war nach einer Reihe von unglücklichen Ereignissen in Vergessenheit geraten. Pauls Neugier war sofort geweckt. Die Vorstellung, eine echte Dampflokomotive auf dem Grundstück zu finden, ließ ihn vor Aufregung zittern. Mit einer handgezeichneten Karte, die Opa noch aus seiner Kindheit aufbewahrt hatte, machten sie sich auf die Suche. Die Karte führte sie durch dichte Wälder, über Bäche und schließlich zu einer kleinen, verborgenen Lichtung. Und dort, halb von Gestrüpp und Moos bedeckt, stand sie, die alte Lokomotive. Sie war rostig und schien seit Jahrzehnten nicht mehr bewegt worden zu sein, aber für Paul war es Liebe auf den ersten Blick. Mit Opa an seiner Seite begann Paul, mehr über die Geschichte der Lokomotive herauszufinden. Sie entdeckten, dass sie einst eine wichtige Rolle im Leben der Gemeinde gespielt hatte, indem sie Güter und Passagiere transportierte. Doch nach einem Unfall wurde sie aus dem Verkehr gezogen und hier, in diesem versteckten Teil des Waldes, abgestellt. In den folgenden Wochen arbeiteten Paul und sein Opa daran, die Lokomotive zu restaurieren. Es war harte Arbeit, aber mit jeder Stunde, die sie daran verbrachten, kam ein Stück Geschichte zurück ins Leben. Nach Monaten des Schraubens, Polierens und Reparierens war die Lokomotive wieder betriebsbereit. An einem sonnigen Tag fuhren Paul und sein Opa die Lokomotive auf den alten Gleisen, die noch immer durch das Grundstück verliefen. Das Zischen des Dampfes, das Klappern der Räder auf den Gleisen und das Lächeln auf dem Gesicht seines Opas waren für Paul unbezahlbar. Die Lokomotive wurde nicht nur ein Symbol für Pauls tiefe Liebe zur Eisenbahn, sondern auch für die Bindung zwischen ihm und seinem Großvater. Sie erinnerte sie daran, dass man mit Leidenschaft, harter Arbeit und einem Hauch von Magie die Vergangenheit wieder zum Leben erwecken kann. Kapitel 23 Das Rätsel der alten Lokomotive Eines Tages, während eines Besuchs bei seinen Großeltern, erzählte Pauls Opa ihm von einer alten Dampflokomotive, die irgendwo auf dem Familiengrundstück versteckt sein sollte. Die Lokomotive war einst im Besitz des Urgroßvaters von Paul und war nach einer Reihe von unglücklichen Ereignissen in Vergessenheit geraten. Pauls Neugier war sofort geweckt. Die Vorstellung, eine echte Dampflokomotive auf dem Grundstück zu finden, ließ ihn vor Aufregung zittern. Mit einer handgezeichneten Karte, die Opa noch aus seiner Kindheit aufbewahrt hatte, machten sie sich auf die Suche. Die Karte führte sie durch dichte Wälder, über Bäche und schließlich zu einer kleinen, verborgenen Lichtung. Und dort, halb von Gestrüpp und Moos bedeckt, stand sie, die alte Lokomotive. Sie war rustig und schien seit Jahrzehnten nicht mehr bewegt worden zu sein, aber für Paul war es Liebe auf den ersten Blick. Mit Opa an seiner Seite begann Paul, mehr über die Geschichte der Lokomotive herauszufinden. Sie entdeckten, dass sie einst eine wichtige Rolle im Leben der Gemeinde gespielt hatte, indem sie Güter und Passagiere transportierte. Doch nach einem Unfall wurde sie aus dem Verkehr gezogen und hier, in diesem versteckten Teil des Waldes, abgestellt. In den folgenden Wochen arbeiteten Paul und sein Opa daran, die Lokomotive zu restaurieren. Es war harte Arbeit, aber mit jeder Stunde, die sie daran verbrachten, kam ein Stück Geschichte zurück ins Leben. Nach Monaten des Schraubens, Polierens und Reparierens war die Lokomotive wieder betriebsbereit. An einem sonnigen Tag fuhren Paul und sein Opa die Lokomotive auf den alten Gleisen, die noch immer durch das Grundstück verliefen. Das Zischen des Dampfes, das Klappern der Räder auf den Gleisen und das Lächeln auf dem Gesicht seines Opas waren für Paul unbezahlbar. Die Lokomotive wurde nicht nur ein Symbol für Pauls tiefe Liebe zur Eisenbahn, sondern auch für die Bindung zwischen ihm und seinem Großvater. Sie erinnerte sie daran, dass man mit Leidenschaft, harter Arbeit und einem Hauch von Magie die Vergangenheit wieder zum Leben erwecken kann. Kapitel 25 Paul und die Vergessene Station An einem nebligen Samstagmorgen fand Paul ein altes Fotoalbum im Dachgeschoss. Beim Durchblättern stieß er auf ein schwarz-weißes Bild von einem prächtigen Bahnhofsgebäude mit dem Titel »Unsere Station« 1932. Er war verwirrt, in seiner Stadt gab es keinen solchen Bahnhof. Er zeigte das Bild seiner Großmutter, die erklärte, dass es einst eine Bahnstation in ihrer Stadt gab, die jedoch in den 1960er Jahren stillgelegt und später von der Natur übernommen wurde. Sie beschrieb, wie sie als junges Mädchen oft dorthin ging, um die Vorbeizierhändenzüge zu beobachten. Paul fühlte sich von der Idee angezogen, diesen verlorenen Ort zu finden. Er schnappte sich eine Taschenlampe, eine Karte und machte sich auf den Weg. Nach stundenlangem Suchen in einem dichten Wald stolperte er schließlich über verrostete Gleise. Er folgte ihnen und kam schließlich zu der verlassenen Station. Sie war überwachsen mit Efeu und Moos, aber die prächtige Struktur war immer noch erkennbar. Er ging vorsichtig hinein und fühlte sich sofort in eine andere Zeit versetzt. Das Echo seiner Schritte auf dem alten Steinboden, das verblasste Ticketfenster und die leeren Bahnsteige erzählten Geschichten aus einer vergangenen Ära. Er konnte das Lachen der Reisenden, das Pfeifen der Züge und das geschäftige Treiben des Bahnhofs fast hören. Auf einem der Bahnsteige fand er eine alte Kiste mit vergessenen Gegenständen, ein Teddybär, eine Taschenuhr und alte Fahrkarten. Jeder Gegenstand schien eine eigene Geschichte zu erzählen. Als die Sonne unterging, verließ Paul die Station mit einem Gefühl der Ehrfurcht und einem Wunsch, die Geschichte dieses Ortes lebendig zu halten. In den folgenden Monaten organisierte er Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten mithilfe von Freiwilligen aus der Gemeinde. Schließlich wurde die Station in ein Museum umgewandelt, das die reiche Eisenbahngeschichte der Stadt feierte. Pauls Entdeckung wurde zum Herzen der Gemeinde und erinnerte alle daran, die Vergangenheit zu schätzen und die Geschichten und Erinnerungen am Leben zu erhalten. Es war eine lebendige Darstellung dessen, was die Liebe zu Eisenbahnen bewirken kann. Kapitel 26 Pauls Zugfahrt ins Ungewisse Ein trüber Herbsttag brachte für Paul eine Überraschung, ein mysteriöser Brief ohne Absender, nur mit den Worten, für Paul, der Eisenbahnfreund. Neugierig öffnete er den Umschlag und fand darin eine glänzende goldene Fahrkarte mit der Aufschrift, für eine besondere Reise. Es gab keine weiteren Details, nur den Hinweis, dass der Zug um Mitternacht am örtlichen Bahnhof abfahren würde. Von Neugier getrieben und mit der goldenen Fahrkarte in der Hand machte sich Paul auf den Weg zum Bahnhof. Als die Uhr Mitternacht schlug, rollte ein prächtiger, altertümlicher Zug in den Bahnhof. Seine Waggons leuchteten in sanften Pastelltönen und der Dampf aus der Lokomotive roch überraschend süß, fast wie Vanille. Ohne zu zögern, stieg Paul ein. Der Zug war fast leer, bis auf eine alte Dame, die in einem der Waggons saß und strickte. Sie lächelte ihm zu und deutete auf den Platz neben sich. »Willkommen an Bord, junger Mann«, sagte sie. Der Zug setzte sich in Bewegung und fuhr durch Landschaften, die Paul noch nie zuvor gesehen hatte. Es gab schwebende Berge, Flüsse aus funkelndem Licht und Wälder, in denen die Bäume in sanften Melodien sangen. Während der Fahrt erzählte die alte Dame Paul von der magischen Welt, durch die sie reisten. Sie erklärte, dass dieser Zug nur alle hundert Jahre fährt und nur wenige Auserwählte ihn betreten dürfen. Du, sagte sie, mit deiner reinen Liebe zur Eisenbahn wurdest für diese Reise ausgewählt. Die Stunden vergingen wie Minuten, und bald war es Zeit für Paul, auszusteigen. Bevor er ging, gab ihm die alte Dame ein kleines, insamt gebundenes Buch. Hier, sagte sie, sind Geschichten von all den Orten, die du heute gesehen hast. Bewahre sie gut auf und teile sie, wenn die Zeit reif ist. Als Paul am nächsten Morgen aufwachte, lag das Buch neben ihm. Er realisierte, dass die Reise kein Traum gewesen war. Er las die Geschichten, die so lebhaft und real waren, als hätte er sie selbst erlebt. Jahre später, als erwachsener Mann, baute Paul ein kleines Museum neben dem Bahnhof. Dort teilte er die Geschichten und das Wissen, das ihm auf dieser magischen Zugreise vermittelt wurde. Es wurde ein Ort der Inspiration und des Staunens, der die Herzen der Menschen berührte und ihnen zeigte, dass es in der Welt der Eisenbahn immer Raum für Magie gibt. Kapitel 27 Paul und das Rätsel der Miniaturbahn Es war ein regnerischer Tag, als Paul beim Stöbern auf dem Dachboden eine alte Holzkiste fand. Die Kiste war mit Staub bedeckt, und als er den Deckel öffnete, entdeckte er eine makellos erhaltene Miniatureisenbahn mit einer Dampflokomotive, Waggons und winzigen Figuren. Es gab auch Schienen und ein kleines Bahnhofsgebäude. Alles schien handgefertigt und mit unglaublicher Präzision hergestellt zu sein. Paul war fasziniert und beschloss, die Bahn im Wohnzimmer aufzubauen. Als er den letzten Schienenabschnitt einsetzte, passierte etwas Wunderbares. Die kleine Lokomotive begann von selbst zu dampfen und fuhr langsam los, während aus dem kleinen Bahnhofsgebäude winzige, lebendige Figuren heraustraten, um den Zug zu begrüßen. Paul konnte seinen Augen nicht trauen. Die kleinen Figuren winkten ihm zu und schienen voller Leben zu sein. Einer von ihnen, ein kleiner Bahnhofsvorsteher, kam zu Paul und sagte, Danke, dass du uns wieder zum Leben erweckt hast. Wir sind die Bewohner der magischen Miniaturwelt und waren lange Zeit in Vergessenheit geraten. Paul verbrachte den restlichen Tag damit, den kleinen Bewohnern zuzusehen und mit ihnen zu interagieren. Sie erzählten ihm Geschichten von ihrer Welt, von epischen Zugreisen, heldenhaften Lokführern und magischen Abenteuern. Als der Abend kam, versprach Paul, sich um die Miniaturbahn zu kümmern und sie sicher aufzubewahren. Zum Dank schenkten ihm die kleinen Bewohner ein winziges, goldglänzendes Ticket, das ihm erlaubte, jederzeit ihre Welt zu besuchen. Paul schlief diese Nacht mit einem Lächeln im Gesicht ein, dankbar für das unerwartete Abenteuer und die neu entdeckten Freunde. Das Rätsel der Miniaturbahn war eine ständige Erinnerung an die grenzenlose Magie und Fantasie, die die Welt der Eisenbahnen zu bieten hatte. Und Paul, mit seinem goldenen Ticket in der Hand, war bereit, noch viele weitere Abenteuer zu erleben. Kapitel 28 Paul und der verschollene Zugführer In der kleinen Stadt, in der Paul lebte, kursierten viele Legenden und Geschichten, aber eine stach besonders hervor, die Geschichte von Erik, dem verschollenen Zugführer. Es hieß, Erik hätte vor vielen Jahren einen der ersten Züge in der Stadt gefahren, war aber eines Tages mit seinem Zug spurlos verschwunden. Keiner wusste, was mit ihm passiert war. Eines Abends, als Paul mit seinem Vater am Bahnhof stand und den vorbeifahrenden Zügen zusah, rollte ein alter, verwitterter Zug in den Bahnhof. Er sah aus, als käme er aus einer anderen Ära. Aus der Kabine stieg ein Mann mit einer alten Uniform und einer Pfeife in der Hand. Er sah Paul direkt in die Augen und fragte, »Kannst du mir helfen, den Weg zurückzufinden?« Paul, obwohl überrascht, nickte und stellte fest, dass dieser Mann Erik war, der verschollene Zugführer. Erik erzählte ihm, dass er vor langer Zeit in eine andere Dimension abgedriftet war, in der die Zeit stillstand. Er hatte versucht, den Weg zurückzufinden, aber es war ihm nicht gelungen, bis er Pauls Liebe zur Eisenbahn spürte und von ihr angezogen wurde. Gemeinsam mit Erik begann Paul eine Reise, um den verlorenen Zugführer wieder nach Hause zu bringen. Sie durchquerten dichte Nebelwälder, überquerten funkelnde Lichtbrücken und begegneten mystischen Kreaturen. Auf ihrer Reise entdeckte Paul viele Geheimnisse der Eisenbahnwelt und lernte, dass Liebe und Hoffnung mächtige Werkzeuge sein können. Nach vielen Abenteuern fanden sie schließlich einen magischen Schalter, der Erik in seine eigene Zeit zurückbringen würde. Bevor er ging, dankte Erik Paul und schenkte ihm seine alte Zugführerpfeife als Andenken. Als Paul zu Hause ankam, war es, als wäre keine Zeit vergangen. Doch die Pfeife in seiner Hand und die Erinnerungen an die unglaubliche Reise mit Erik waren Beweise für das Abenteuer, das er erlebt hatte. Paul erkannte, dass die Welt der Eisenbahnen voller Wunder und Geheimnisse war und dass es immer etwas Neues zu entdecken gab, wenn man nur genau hinschaute. Kapitel 29 Pauls Reise zum Nordpol Als der Winter kam und die ersten Schneeflocken fielen, spürte Paul eine seltsame Unruhe in sich. Jeden Abend, bevor er ins Bett ging, sah er aus dem Fenster und stellte sich vor, wie es wohl wäre, mit einem Zug zum Nordpol zu fahren. Er träumte von endlosen Eislandschaften, tanzenden Nordlichtern und natürlich dem Weihnachtsmann. In einer dieser Nächte, als der Mond hell am Himmel stand, hörte Paul das sanfte Pfeifen eines Zuges. Er stieg aus dem Bett und sah einen glitzernden Zug, der direkt vor seinem Haus hielt. Der Schaffner, gekleidet in einem funkelnden blauen Mantel, winkte ihm zu, Komm, Paul, der Polarexpress wartet auf dich. Ohne zu zögern, stieg Paul ein. Der Zug war warm und gemütlich, und die Fenster waren von innen mit Frost verziert. Während sie durch schneebedeckte Wälder und über gefrorene Seen fuhren, erzählten die anderen Passagiere Geschichten über den Nordpol und sangen Weihnachtslieder. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten sie den Nordpol. Es war ein magischer Ort, an dem alles aus Eis und Schnee bestand. Der Weihnachtsmann begrüßte Paul persönlich und zeigte ihm seine Werkstatt, in der Elfen eifrig Geschenke herstellten. Paul dürfte sogar auf einem Schlitten fahren und das Nordlicht aus nächster Nähe sehen. Es war ein atemberaubendes Erlebnis, das er nie vergessen würde. Zu spät in der Nacht brachte der Polarexpress Paul wieder nach Hause. Als er am nächsten Morgen aufwachte, dachte er zuerst, es sei nur ein Traum gewesen. Aber dann sah er ein kleines Geschenk auf seinem Nachttisch, eine Schneekugel mit einer Miniaturversion des Polarexpresses und einer Notiz vom Weihnachtsmann, Danke, dass du uns besucht hast, Paul. Komm bald wieder. Paul lächelte und wusste, dass er eine der magischsten Reisen seines Lebens erlebt hatte. Und tief in seinem Herzen wusste er, dass die Welt der Eisenbahnen immer für ihn da sein würde, egal wohin er auch reisen wollte. Kapitel 30 Paul und das Fest der Lokomotiven Jedes Jahr, am ersten Sonntag des Monats Mai, feierte die Stadt ein besonderes Fest, das Fest der Lokomotiven. An diesem Tag würden alle Züge, von den ältesten Dampflokomotiven bis zu den modernsten Elektrozügen, durch die Stadt fahren und an einer großen Parade teilnehmen. Dieses Jahr war es für Paul besonders aufregend, denn er war eingeladen worden, auf einer der ältesten und prächtigsten Dampflokomotiven zu fahren. Diese besondere Lokomotive, bekannt als »die Königin«, war für ihre majestätische Erscheinung und ihren kraftvollen Dampf bekannt. Am Morgen des Festes zog Paul seine spezielle Zugführerkappe an und machte sich auf den Weg zum Bahnhof. Die »Königin« wartete bereits auf ihn, ihre schwarze Haut glänzte in der Sonne und Dampf stieg majestätisch aus ihrem Schornstein. Paul wurde von Herrn Müller, dem Zugführer, begrüßt und dürfte sogar die Lokomotive steuern. Als der Zug sich in Bewegung setzte und die jubelnde Menge am Bahnhof vorbeifuhr, fühlte sich Paul wie der König der Welt. Er winkte den Menschen zu, die in Ehrfurcht und Begeisterung zurückwinkten. Während der Fahrt erzählte Herr Müller Paul Geschichten über die »Königin« und ihre vielen Reisen. Er erzählte von den vielen Orten, die sie besucht hatte, und den Menschen, die sie getroffen hatte. Es war eine Reise in die Vergangenheit, eine Zeit, in der Züge die Hauptverkehrsmittel waren und die Welt noch nicht so vernetzt war wie heute. Als die Parade zu Ende ging und die »Königin« wieder im Bahnhof ankam, fühlte sich Paul traurig, dass der Tag so schnell vergangen war. Aber er wusste, dass dies nur eines von vielen Abenteuern war, die er auf seiner Reise durch die Welt der Eisenbahnen erleben würde. Herr Müller schenkte ihm zum Abschied eine kleine Dampfpfeife als Andenken an diesen besonderen Tag. Jedes Mal, wenn Paul sie blies, wurde er an das Fest der Lokomotiven und die wundervollen Geschichten von Herrn Müller erinnert. Es war ein Tag, den er nie vergessen würde, und eine Erinnerung daran, wie magisch und wundervoll die Welt der Züge wirklich ist. Epilog Die letzte Station Der Himmel zeigte die ersten Anzeichen des Morgengrauens, als Paul mit einer Tasse heißen Kakaos am Fenster stand und auf die stillen Gleise blickte. Jahre waren vergangen, seit seine Abenteuer mit den Zügen begonnen hatten, und obwohl er nun älter und vielleicht ein wenig weiser war, war die Begeisterung für die Eisenbahn in ihm immer noch lebendig. Die Züge, die einst riesig und furchteinflößend erschienen, waren nun vertraute Freunde geworden. Jeder Zug, der vorbei fuhr, erzählte eine Geschichte, und Paul hatte gelernt, zuzuhören. Er dachte an all die Reisen, die er unternommen hatte, an die Freunde, die er unterwegs getroffen hatte, und an die Lektionen, die er gelernt hatte. Während er so dastand, fiel ihm ein kleines Buch in die Hände, das er als Kind geschrieben hatte. Es war sein Eisenbahntagebuch, gefüllt mit Skizzen, Notizen und Erinnerungen. Mit einem Lächeln blätterte er durch die Seiten und wurde wieder in die Vergangenheit versetzt. Da war die Geschichte von seiner ersten Fahrt mit der Dampflokomotive, von seinem Besuch beim Weihnachtsmann am Nordpol und von dem Mal, als er den mutigen Zugführer getroffen hatte, der ihm beigebracht hatte, dass das Leben voller unerwarteter Wendungen ist. Aber es waren nicht nur die großen Abenteuer, die in Erinnerung blieben. Es waren auch die kleinen Momente, das Lachen mit Freunden, das Staunen über eine besonders schöne Landschaft und das gemütliche Gefühl, in einem warmen Abteil zu sitzen, während draußen der Regen prasselte. Paul realisierte, dass es nicht nur die Züge waren, die ihn fasziniert hatten, sondern auch die Reise selbst. Es ging darum, Neues zu entdecken, über den Horizont hinaus zu blicken und die Welt mit neugierigen Augen zu betrachten. Während der Tag anbrach, beschloss Paul, dass es Zeit war, ein neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen. Er würde seine Geschichten teilen, nicht nur über Züge, sondern über alle Abenteuer, die das Leben zu bieten hat. Mit neuem Elan setzte er sich an seinen Schreibtisch und begann zu schreiben. Er wusste, dass die Reise nie wirklich endet, sie nimmt nur eine andere Form an. Und so, während die Züge weiterhin vor seinem Fenster vorbeierauschten, fand Paul seinen wahren Zweck und seine Bestimmung. Er wurde nicht nur ein Eisenbahnliebhaber, sondern auch ein Geschichtenerzähler, der die Wunder der Welt mit anderen teilen wollte. Und wenn Sie, lieber Leser, das nächste Mal einen Zug hören, denken Sie an Paul und daran, dass jede Reise, egal wie klein oder groß, es wert ist, erzählt zu werden. Das Ende ist nur der Anfang eines neuen Abenteuers. Die eiserne Straße, die sich in gewundenen Pfaden über Land und durch Städte schlängelt, hat seit ihrer Erfindung die Fantasie von Generationen ergriffen. Die Eisenbahn, dieses Wunderwerk der Technik und Ingenieurskunst, hat nicht nur unsere Art zu Reisen revolutioniert, sondern auch unsere Kultur, unsere Wirtschaft und unsere Sicht auf die Welt geprägt. Es gibt etwas Zeitloses und Romantisches an der Vorstellung, in einen Zug zu steigen und zu unbekannten Orten zu reisen, das Abenteuer zu suchen oder einfach nur dem Alltag zu entfliehen. In dieser Sammlung von Erzählungen tauchen wir in die Welt des kleinen Paul ein, dessen Begeisterung für Züge weit über das hinausgeht, was viele von uns in seiner Altersgruppe empfinden. Seine Geschichten sind nicht nur einfache Kindheitserlebnisse, sie sind Fenster zu einer Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Fantasie oft verschwimmen. Sie sind Zeugnisse der unschuldigen und ungetrübten Faszination eines Kindes für das, was viele als alltäglich betrachten. Während sie durch diese Geschichten blättern, werden sie vielleicht feststellen, dass es nicht nur um Züge geht. Es geht um Entdeckung, Abenteuer, Familie, Freundschaft und die schier grenzenlose Vorstellungskraft, die in jedem von uns schlummert, oft vergessen in den Tiefen der Erwachsenenwelt, aber niemals wirklich verloren. Egal, ob sie selbst eine Leidenschaft für Eisenbahnen haben oder einfach nur eine Geschichte suchen, die ihr Herz berührt, ich lade sie ein, sich zurückzulehnen und sich von Pauls Abenteuern mitreißen zu lassen. Entdecken Sie die Freuden, die Herausforderungen und die unerwarteten Wendungen, die das Leben und die Liebe zur Eisenbahn zu bieten hat. Lassen Sie uns gemeinsam auf diese Reise gehen.